Moin, du bist der? Hendrik. Und ich habe gerade versucht zu verstehen, was du da spielst und wie es funktioniert, aber ich glaube, das kannst du mir besser erklären. Was spielst du und wie läuft das? Ich spiele so ein Minispiel von Nintendo Land und bei dem Spiel muss ich versuchen, auf dem Gamepad eine Linie zu ziehen, damit die Figur auf dem Bildschirm dann diese Linie langläuft und dann diese Früchte aufsammelt. Dann lass uns über das Gamepad reden, denn du hast jetzt wirklich ein bisschen Zeit gehabt, dich damit auseinanderzusetzen. Wie ist da dein Eindruck bislang? Ich bin begeistert von dem Gamepad. Ich war am Anfang, als ich gehört habe, dass man so ein Gamepad hat, war ich skeptisch, was die Qualität vom Bildschirm angeht. Aber ich sehe jetzt keinen erkennbaren Unterschied zum Fernsehbildschirm und das finde ich ziemlich toll.